Hallo und Willkommen zurück zu Let's Face, bin der Selka aus Theorie. Ich hör komische Türen. Ich hör komische Türen und hab ne Speichern gemacht. Interessant. Herrlich. Aha, mhm, mhm. Jetzt geht... Also... Achso, dann brauchen wir das. Ich schau auf deine Fein. Mhm. Böderweise ist er hier nicht. Achso. Wo ist das? Ach, hier sind wir. Ach, hier. Hier. Das ist sicher zu. Hier bitte sehr. Irgendwelche Gasnebel drin oder was ist da los? Da ist ein hundertprozentig da. Da. Ach, da ist eine Schränke dran. Anscheinend Lüftungsschach. Lüftungsschach kommt von da. Hier links. Hier. 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 Hoffe ich. Hoffe ich. Wohl bemerkt. Kannst nicht. Da, 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 da ist noch der tote Typ. Hehe, tada. Ich will nur noch eins, dann haben wir es geschafft. Schauen wir uns, als sonst nur spült es. Ja, ich werde eine ganze Zeit hier längst gehen können und eine Abkürzung weg. Hoffe ich. Ach, deswegen war ich nicht tot. Wollen wir das Ding irgendwie ausschalten? Okay. Okay, jetzt hab ich. Lüftungsschicht, der ausfällt. Hey. Lüftungsschicht, der ausfällt. Lüftungsschicht, der ausfällt. Lüftungsschicht. Lüftungsschicht. Okay. Ach, Stromleit... Das Ding muss doch irgendwoher seinen Saft bekommen. Das können Sie doch nicht von alleine drehen. Nein, es ist ab, eh. Sag mal. Ähm, ja, super. Wenn jemand eine Idee hat, der spordert mich jetzt bitte. Irgendwer. Ja, das war eure Chance, du spielst jetzt. Aber... Und... Aus. Ist ich doch noch? Okay. Okay.